. Hello! Minecraft! Wir schauen mal in dem Item-Shop. Verbrennt ihr Wichser! Oh mein Gott! Nein! Ich bin durch den Boden gefallen! Hat noch einen Hit? Ist er da? Boah! Let's go! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach doch nicht sowas! So! Leute, das war Minecraft-Zuro. Zumindest von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank an Simon Unge für die Teilnahme an dieses Projekt. Oder beziehungsweise für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet alle da draußen Spaß. Wenn es so war, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten mit meinem kleinen Unfug. Und ja, das war Zuro für mich. Für diese Staffel. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich muss sagen, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Action noch machen können. Und mein Tod war jetzt auch nicht so spektakulär leider. Ich wäre dann lieber gestern gestorben. Aber, Leute, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut Zuro gerne bei irgendwer weiter. Oder bei irgendeinem anderen Teilnehmer. Figur dann alle, die noch leben. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bei noch einem ganz normalen Video. Bis morgen. Bis dann. Und danke an alle Leute, die bei Minecraft-Zuro dabei waren. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.